Guten Morgen ihr Lieben, ich grüße euch. Heute mal wieder ein neuer Vlog von mir und zwar bekomme ich heute meine neue Küche für meine Wohnung. Ich weiß, ich sehe etwas fertig aus. Ja, und zwar werde ich mich jetzt fertig machen, ein bisschen Make-up wieder rauf machen, damit das hässliche Öntlein verschwunden ist. Und ja, dann so eine Stunde soll die Küche geliefert werden und ja, ich bin mal wirklich gespannt. Ja, mein Schatzi kommt dann auch noch und baut die für mich auf und werde natürlich mit meiner Vlog-Kamera dabei sein und euch dann auch nachher das Ergebnis zeigen und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und wir sehen uns dann gleich wieder. Hey Girls, welcome to my channel. Gute Morgen, ich grüße euch. Wir sind jetzt hier am Küche aufbauen. Wie ihr im Hintergrund seht, ist schon mal das erste Paket offen und mein Mann ist schon wieder am Rauchen. Da ist er. Studieren, studieren, malen nach Zahlen. Malen nach Zahlen und er baut nämlich die Küche auf. Ich bin seine Assistentin. Und ja, wie das Ganze passiert, das werdet ihr gleich sehen. Und ja, sehen wir jetzt gleich. So ihr Lieben, wir sind jetzt bei unserem ersten Schrank. Wir sind da im Hintergrund. Da mein Schatz. Da ist der Schrank. Und die müssen wir noch alle aufbauen. Aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, Cappuccino zu machen für meinen Schatz. Ja, du. Ja, du. Ja, ja. Da ist der Schrank. Sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, da hat's Klick gemacht. Cappuccino. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das ausgibt, wenn es fertig ist. Ich hoffe gut. So, Tag 12 und wir sehen uns dann beim Paket 2 wieder, würde ich sagen. Schatz, ist dein Cappuccino? Ja. Bis später. So, meine Lieben, wir sind immer noch dabei beim ersten Schrank. Es dauert ein bisschen länger alles. Weil, äh, ja. Habe ich nichts gefilmt. Äh, weil mein Mann hier schon am Verzweifeln ist mit den Schrauben. Ähm, ich muss dazu sagen, an sich, aber Qualität scheint schon mal gut zu sein. Sieht zumindestens gut aus, aber, ja, mein Mann ist kurz vor Maus. Aber, Schatz, hier hat keine Kraft. Ja. Sag zu mir, äh, Schatz, kannst du bitte mal, äh, gegen drücken, gegen so ein Brett, damit ich die Schraube nachziehen kann. Und ich drück schon wie so ein Irrer und dann meckert er mich noch voll. Naja, kickt er zurück. Ja, ich kann euch ja mal zeigen, was ich meine, was für ein Schrauben. Da ist mein Mann. Äh, und zwar hier, da, diese Schraube da reinzukriegen, das war jetzt gerade echt ein Akt. Weil, da sind noch keine vorgegebenen Löcher, das heißt, die müssen noch da richtig schön durchbohren, irgendwie. Ja, und die haben noch ein paar vor uns. Ja, schaut euch das mal an. Ja, übrigens habe ich gerade noch mein zweites Paket bekommen, und zwar die Bettwäsche für meine Nichte. Äh, ja, toll geliefert, das Paket ist komplett kaputt, und, äh, dachte, geil. Ja, das heißt, das kann wohl, muss ich das irgendwie so einpacken. Sieht auf jeden Fall nicht toll aus, also, DPD, äh, nicht schön gemacht. Nächstes Mal bitte mehr drauf achten, dass die Pakete ganz ankommen. Mein Schatz schmunzelt gerade. Ja, Schatz, hier leid live, wirst du sehen. Ja. Wir werden auf jeden Fall nachher noch einkaufen gehen, ich weiß gar nicht, wie spät das jetzt ist, weil, ich, mein Schatz braucht Cola, und braucht was zu essen. Ja, wir haben es jetzt gleich 15 Uhr. Ich sag mal so, zu 17 Uhr wären wir los, 17, 18 Uhr, oder, Schatz? Ja, spätestens. Ja. Ja, dann werden wir noch einkaufen, ich überlege euch, ob ich euch dann mitnehme zum einkaufen, wenn es mein Akku aushält. Wenn ich wirklich mit dem Handy filmt. Ja, wir wollen nämlich noch zu Obi, also erstmal essen und trinken einkaufen, dann wollen wir noch zu Obi, gucken wegen so einem, wie nennt man das, Spüle. Und Schatz, ich denke, ich glaube, ich gehe ihn gerade auf den Sack. Schatz, gehe ich dir auf den Sarg? Nö, alles gut. Aber? Ich bin gerade ein bisschen hernervt. Siehst du, sag ja, Männer. Ich sag jetzt über nichts, sonst kriege ich heute Abend den Arsch versullt, obwohl, könnt ihr ja draufstehen. Äh, ja. Auf jeden Fall sehen wir uns dann später, wenn wir, denke ich mal, fertig sind hier mit dem Einkaufen. Immerhin, ein bisschen steht schon, die Dinger sind schon mal dran. Also, es läuft, Kinders, es läuft. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut. So, wir haben jetzt schon mal die Platte drauf, auf dem ersten Schrank. Schaut einmal. Ja, Schatz, sie ist genervt, hat jetzt schon keinen Bock mehr. Geht, oder? Nein. Macht ja Spaß. Bin ich eine gute Assistentin, Schatz? Sensationell, kann mich nicht beschwören. Siehste, hab das gehört, Kinders. Ja. Sieht auf jeden Fall schön aus, aber wir haben immer noch echt viel zu tun. Warte mal da, guckt. Aber jetzt, glaube ich, wenn wir das fertig haben, dann werden wir erstmal einkaufen. Ja, 16 Uhr, gleich. Wie bitte? Ja, ist doch gut. Ja, auf jeden Fall hier, Chaos, da, schaut euch das an. So sieht's aus. Chaos in der Küche, aber so ist es. Jo, wir machen jetzt hier weiter und ich melde mich später. Hey Leute, so, wir sind jetzt endlich mal auf Richtung Einkaufen. Wir haben jetzt für den einen Schrank fast vier Stunden gebraucht. Schäben und laufen hier zur Rewe ein bisschen was einkaufen. Mein Schatzi hat Hunger. Ich auch. Nein, Essen bestellen wir heute beim Italiener. Und jetzt kaufen wir was für ein Frühstück ein. Bisschen was zu knabbern. Und Getränke. Ja. Auf jeden Fall, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir wieder zurück sind. Und dann essen wir erstmal was. Und dann geht's weiter mit Schrank Nummer zwei. Also bis gleich. Macht's gut. Leute, hier sind wir wieder vom Einkaufen zurück. Ja, ich habe jetzt was bestellt. Und zwar beim Italiener. Was zu essen für uns. Ja, mein Schatz ist hier schon dabei, noch einen Schrank aufzubauen. Solange das, bis das Essen kommt. Und dann war's das für heute, glaube ich, erstmal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.